Ich möchte hier mit allen unseren Kunden, Gästen, Freunden, Partnern, Unterstützern, Wegbegleitern, die in dem nicht ganz einfachen Jahr 2019 zu uns gestanden haben, noch eine frohe Weihnachtszeit wünschen, ein wundervolles Weihnachtsfest, etwas Besinnlichkeit und wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr mit euch zusammen 2020. Alles Gute für euch!